Hier ist die Mahnmacher Rosenheim. Wir senden gemeinsame Anzeichen an alle, die jetzt und in Zukunft mit uns sind. Seit Dezember letzten Jahres werden hunderttausende Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, durch eine unverantwortliche politische Entscheidung der Scholz-Regierung in tiefe Ängste und Krisen gestürzt. Betroffen sind auch alle Familienangehörigen. Da hilft kein Rückenwind. Da hilft nur Solidarität mit unseren Mitmenschen in der Pflege, in der Verwaltung und im gesamten Dienstleistungsbereich. Wir fordern die sofortige Rücknahme des Gesetzes zur objektbezogenen Impfpflicht. Wir fordern eine abzugsfreie Pauschale von 3.000 Euro für alle Pflegekräfte. Wir fordern weiterhin den längst überfälligen Rücktritt von Gesundheitsminister Lauterbach. Wegen erwiesener und bestätigter Unfähigkeit. Es reicht. Wir brauchen mehr den Dialog und die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Wir fordern alle kommunalen Kräfte auf, sich der Verantwortung für alle Mitbürger bewusst zu werden. Lasst uns am runden Tisch Wege aus dieser tiefen Krise finden. Es heißt, wir sind die rote Linie. Und jetzt kommt die Rote Linie.